in unserer heutigen sendung wollen wir uns beschäftigen mit dem buch die unglaubliche wahrheit über indigo menschen von dem geist heiler sananda das buch ist jetzt vor paar wochen rausgekommen und ich muss sagen wie ich das in die hand gekriegt habe ich habe das durchgelesen ich war gleich fasziniert weil ich habe viele dinge gefunden die sich vielleicht nach außen für außenstehende unglaubwürdig anhören aber wo ich doch sagen kann auch aus eigenen erlebnissen das ist die wahrheit das passt aus dem grund haben wir jetzt auch eingeladen den geist heiler sananda zu uns im studio und gleich meine erste frage es ist ja ungewöhnlich dass jemand so offen in dem buch schreibt wie geschrieben ist weil es wird ja auch in der kindheit geschrieben und alles wie kam es dazu ja erstmal grüß gott liebe zuschauer darf sie recht herzlich begrüßen freut mich dass ich hier sein darf ich bedanke mich für die einladung war ein sehr langer weg hierher ich glaube ich bin schon jahrelang keine 500 kilometer mehr gefahren am stück und frisch gerecht zum heutigen tag hat der wettergott schneefall gebracht und war auch eine anstrengende nacht es wurde alles dafür getan zu verhindern dass ich auch nur eine minute schlafe das gleich mal vorneweg bin auch jetzt auch nicht groß vorbereitet muss ich ganz ehrlich sagen ein bisschen durch den wind aber ich denke schon dass wir doch ein gutes gespräch hinkriegen werden heute bin ich ganz überzeugt wie war die frage nochmal die frage nochmal es wird auch ganz offen schreibst du ich sag jetzt einfach mal ganz offen schreibst du ja hier in deinem buch auch über deine kindheit über erlebnisse wo vielleicht manche leute probleme hätten auch solche dinge zu schreiben wie kam es dazu dass du gesagt hast du schreibst jetzt ganz offen ein buch wo deine kindheit drin ist ein wertegang eigentlich über alles ja das ist eben diese lange geschichte die wichtig hier dahin gebracht hat wo ich heute bin wir haben ja alle so unsere problemchen in der kindheit der eine mehr der andere weniger manche ganz viele probleme und mein leben war so was von oder ist es immer noch so was von abnormal da musste ich einfach ein buch schreiben und meine intention ist es einfach den menschen meine botschaft mitzuteilen dass sie nicht alleine sind weil ich denke dass es viele menschen da draußen gibt die ähnliche erfahrungen machten oder immer noch machen wie ich sie gemacht habe und diesen menschen möchte ich mut geben und hoffnung geben und deswegen habe ich mich auch ausgezogen in diesem buch weil ich habe kein blatt vor den mund genommen man kann jetzt nie sicher nicht behaupten dass ich ein schön schreib schreiblinge schreibling bin der irgendwelche phrasen benutzt und einfach ein schönes buch schreiben bildern ich habe das buch einfach geschrieben wie mir das von der leber weg frei von der leber weg da kamen die ganzen erinnerungen meines lebens kamen innerhalb von wenigen wochen wieder zurück in mich rein während ich das buch geschrieben habe hatte ich natürlich auch geistigen beistand es wurde mir vieles auch wieder gezeigt über die akasha chronik was da so passiert ist weil mit den normalen gedanken kommt man da nicht mehr ran war so vor 50 jahren war oder vor 45 jahren und mein meine intention ist es und wird es auch bleiben den menschen einfach dinge aufzuzeigen und deswegen habe ich mit der kindheit angefangen ich möchte heute in dieser sendung nicht speziell auf die kindheit ausbreiten das habe ich schon in anderen sendungen gemacht das langweilt die zuschauer dann irgendwann es ist einfach so dass es auf dieser welt eine dunkle seite gibt und eine helle seite gibt und wenn du zu den hellen gehörst hast du die dunkle seite als gegner und umgekehrt natürlich genauso wenn du zu den dunklen gehörst dann hast du die dunklen als dein freund als deine freunde den gibt es dann natürlich auch viel besser diesen diesen seelen diesen dunklen seelen das sieht man dann wenn man ich bekomme immer wieder fragen von menschen warum gibt es diesen reichen so gut warum haben die keine probleme warum kommt ein geist im fernsehen oder geistens ich weiß es nicht genau genau heißt ich habe den mal ab und zu angeguckt weil ich ihn so lustig fand und ich finde die diese switch reloaded sendungen mittlerweile besser wie das original aber um aufs thema zu kommen warum geht es diesen menschen so gut warum haben die keine probleme und warum haben manche milliarden auf dem konto und andere verhungern und so weiter das hat natürlich alles einen grund was auf dieser erde passiert und wie gesagt um auf den punkt zu kommen wenn du von den dunklen protestiert wird dann geht es dir eben gut ganz einfach da ich nicht zu den dunklen gehöre ganz offensichtlich weil ich werde bekämpft oder wurde bekämpft man sollte ja nicht in der gegenwärtsform sprechen weil dann manifestiert man das ja gerade was man nicht möchte also versuche ich mich in der vergangenheitsform jetzt auszudrücken also ich wurde bekämpft massiv bekämpft und das hat natürlich schon in der kindheit angefangen in dem man versucht hat mich mehrfach umzubringen als kind ich habe natürlich überlebt was war dir da nicht bewusst natürlich nicht du konntest das ja nicht einschätzen sage ich jetzt mal ja ich konnte das gar nicht einschätzen für mich war das eben normal dass ich ein schweres leben hatte und dass ich keine mutter hatte kein vater hatte dass meine oma den ganzen tag beim arbeiten war es war für mich eben ganz normal dass ich schutzlos war dass ich jeden tag verunfallt bin irgendwo und gerade so überlebt habe dass ich mich dass ich ins wasser gespürt geflogen bin in den bach in reisenden bach und kilometerweise mit geschleift wurde im alter von fünf jahren und gerade so überlebt habe das war für mich alles normal irgendwo dass ich ständig vom fahrrad geflogen bin dass ich mir ständig in kopf angehauen habe dass ständig jemand mich überfahren wollte wenn ich mit den katzen über die straße lief und ich mit dem hechtsprung gerade noch vorweg konnte solche dinge haben sich natürlich eingeprägt im gedächtnis und das vergisst man eigentlich das leben lang nie aber die feinstoffliche welt hattest du da noch nicht gespürt doch ich war als kind hellsichtig sehr hellsichtig als kind ich habe natürlich mich nicht getraut mit jemandem zu reden darüber ich hatte auch keinen ansprechpartner es war ja niemand da meine großmutter habe ich intuitiv gemerkt ist nicht der richtige ansprechpartner weil sie war auch selber traumatisiert weil sie meine mutter verloren hat ein kind davor verloren hat ihr mann hat einen schweren unfall also mein opa hat einen schweren unfall gehabt 100 meter vor dem baum wo meine mutter tödlich verunglückt ist aber zwölf jahre davor als unsere todesstrecke und ich wollte sie natürlich nicht belasten mit solchen erlebnissen wenn ich gesagt habe da schwirren gegen das schwirren gespenster bei mir im kinderzimmer und ich habe die immer gesehen wie die reingekommen sind so über der tür zwischen der decke und der tür sind immer rein geflogen warum gerade da weiß ich nicht und sind dann quasi über die decke zu mir und ich habe dann die decke drüber über den kopf und dann versucht zu schlafen und das waren so meine kindheitserinnerungen in der richtung und wie fing es dann damit an dass du mit den sachen umgehen konntest ich bin eigentlich nie damit umgegangen weil ein kind hat ja jetzt nicht unbedingt diese fähigkeit mit dingen umzugehen deswegen sind sie ja kinder es gibt ja auch kinder die mittlerweile es gibt ich glaube sechs millionen berichte niedergeschriebene berichte über kinder die ihre letzte inkarnation nachweisen konnten das wird natürlich der allgemeinheit verschwiegen das wissen viele zuschauer wahrscheinlich gar nicht es ist eigentlich wissenschaftlich bewiesen dass es reinkarnation gibt und viele kinder haben in jungen jahren so wie ich auch eben erinnerungen an frühere leben bei mir waren es weniger die erinnerungen sondern meine programmierung war eher auf hellsichtigkeit weil wir sind ja alle programmiert geschiebt von den guten und von den schlechten damit wir nicht verloren gehen und im prinzip entscheiden wir vor der inkarnation selber welche programmierung wir möchten als seele entscheiden wir das selber als geistwesen und ich habe offensichtlich diese programmierung gewählt der hellsichtigkeit und der hellfühligkeit als kind und es gibt natürlich wie anfangs erwähnt eine dunkle seite die leider das sagen hat hier auf der erde das wussten wir aber bevor wir inkarniert sind dass wir hier quasi auf dem feind des planeten sind das ist es nicht abwertend gemeint auf die mutter erde bezogen weil die erde ist mit sicherheit einer der schönsten planeten in der ganzen galaxien der wir uns bewegen ich rede jetzt nur von den besetzern dieses planeten dies nachweisbar gibt und das kann man nicht mehr verleugnen also wer das heute noch verleugnet der hat wirklich ein riesen problem und wir haben das gewusst vor der inkarnation dass wir hier auf feindes planet inkarnieren und in dem moment wo wir ins fleisch gehen sind wir quasi diesen kräften mehr oder weniger ausgeliefert und nehmen dann auch was auf uns was wir dann als mensch nicht mehr verstehen weil wir uns die erinnerung genommen wird mir wurde mittlerweile offenbart dass ich eben diese programmierung gewollt habe dass ich hier eine spezielle aufgabe habe auf der erde wurde mir mittlerweile offenbart und dass ich auch bekämpft wurde ich darf jetzt nicht in der gegend war sprechen also ich wurde bekämpft es gibt programme wir alle sind unter mein kontroll und viele wollen das nicht wahrhaben viele zuschauer werden auch sagen was redet er dann jetzt wir sind alle unter mein kontroll was wäre so ein beispiel für den mein kontroll jeder mensch ist unter mein kontroll erstens sind wir alle programmiert wir haben alle chips bis zum geht nicht mehr im feinstofflichen bereich ich sehe das bei manchen kunden von mir wie für implantate und chips die haben das hinter die haare zu berge was die alles haben die sind für alles programmiert und mein kontroll bedeutet fängt ja schon an zum beispiel mit den medien das ist so die gibt die ganz gewöhnliche mein kontroll die lügenpresse auch wenn das viele konservative nicht hören wollen es gibt keine 10 unsensierte presse gibt es nicht die presse kriegt eine anweisung von oben was sie zu sagen hat die lügen uns an war dass sich die balken biegen jede meldung im internet in den videotexten im sonstigen nachrichten fernsehberichte es ist alles getürkt es ist alles komplett gefälscht sie reden uns vor was sie wollen sie schüren quasi die meinung die sie brauchen sie machen sugestion in diesen berichten um die meinung bei den menschen bei der allgemeinen menschheit hervorzurufen die sie halt gerne haben wollen und fertig und das geht dann weiter über die sendemasten über die bestrahlungen menschen wie du und ich wir werden gezielt bestrahlt mit skala wellen wir wurden gezielt bestrahlt mit skala wellen um uns quasi von der schwingung runter zu ziehen bei niedriger wir schwingen desto weniger können wir ausrichten unsere aufgabe nicht erfüllen deswegen versuchen sie die menschheit runter zu ziehen mit den schwingungen und da könnte ich dir jetzt viele beispiele erzählen über die sendemasten angefangen die bluthirnschranke wird geöffnet bei den menschen durch die sendemasten soll sich doch mal jeder zuschauer fragen ob seine händeverbindung immer besser wird also ich habe heute noch handy verbindungen am bodensee wenn ich manchmal fahr auf der deutschen seite ich kann ich wohnen auf der schweizer seite habe ich stellen die kannte ich vor 25 jahren schon da gab es keinen kontakt genau an der gleichen stelle war ich heute gibt immer noch keinen kontakt obwohl fünf antennen in der nähe installiert wurden also das ist ein märchen dass diese sendemasten für unser wohl sind damit wir noch besseren empfang haben das ist totaler blödsinn diese sendemasten die machen nur eins die 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 strahlen bestimmte frequenzen aus die auf unsere auf unsere hirnfrequenz das menschliche gehirn läuft auf einer gewissen frequenz arbeitet auf einer gewissen frequenz da können die mit diesen strahlen reingehen und die bluthirnschranke öffnen dann kommt der nächste und kommt mit der passenden frequenz mit der befehls frequenz das heißt die meisten menschen sogar 75 prozent meines wissens her meinen die mitteilung die ich bekomme sind komplett schon jetzt fremd gesteuert komplett fremd komplett fremd gesteuert das heißt sie sind willenlos sie nehmen befehle entgegen natürlich merken die das nicht und wenn sie jetzt zuhören diese menschen sagen sie der rede der so ein müll ich werde doch nicht fremdbestimmt sie merken gar nicht dass sie fremdbestimmt sind sie stehen jeden morgen auf und punkt sowieso trinken jeden morgen ihren kaffee stehen im stau fahren zur arbeit hören sich acht stunden lang ein blödes geschwätz an von irgendjemandem machen den schock den sie hassen weil sie ja geld verdienen müssen und kommen abends wieder heim holen sich ihre zwei flaschen bier gucken gute zeit die schlechten zeiten an und dazwischen tun sie vielleicht noch mit der frau streiten und dann sagen sie noch sie sind nicht mein kontrollt also mehr mein kontrollt geht der gar nicht mehr die haben ja gar keinen eigenen kopf mehr diese menschen ja genau das stimmt das ist auch das was wir auch immer wieder erleben also da kann ich durchaus zustimmen und jetzt ist es ja so dass durch diese beeinflussung und alles was ja passiert mit den mit den menschen ist ja nicht nur dass sie jetzt mein kontrollt sind sondern hat ja auch mit gesundheitlichen folgen denke ich mal auch zu tun und du nennst dich ja auch geistheiler sage ich jetzt mal oder hast diesen geistheiler zueinander den hast du ja nicht bisher nicht geboren worden mit diesem namen sage ich jetzt mal wie ist es dazu gekommen das beschreibe ich in meinem buch ich hatte eben durch diese verfolgungen die ich erleiden musste auf diesem planeten weil ich wurde von inkarnation zu inkarnation wurde ich verfolgt weil diese dunklen wesen die unsere erde regieren die reptorassen die in der anderen dimension leben aber uns sehen können ich kann teilweise auch sehen und diese rassen die haben mich natürlich auf der abschlussliste ganz eindeutig sie arbeiten auf der weltlichen ebene über die logen und freimaurer die ihre drecksarbeit hier auf der erde als menschen verrichten und diese menschen wissen das auch zum großteil dass sie für die dunkelheit arbeiten sie verbinden sich ja auch energetisch mit diesem dunklen wesen bei ritualen die sie da machen in unter der unter den kirchen oder in wäldern in ganz entfernten wäldern in amerika machen sie gewisse opfergaben und machen dann dort die energetische verbindung und dann können sie mehr oder weniger kommen die auf direkten wege mit diesem wesen kommunizieren von auge zu auge und diese wesen die haben natürlich ein problem mit menschen wie ich einer bin ich bin ja so wie es im buch steht eine indigo seele und es gibt da draußen noch viele indigo seelen die das gar nicht wissen was bezeichnest du als indigo seele wenn ich noch mal kurz einhaken ja indigo seelen das sind die am höchsten entwickelten seelen die es gibt es gibt mehrere seelen arten auf die hier inkarniert sind das hat jetzt nichts mit zu tun dass sie was besseres sind oder dass ich was besseres bin im gottes willen ich bin nichts besseres wie du oder wie irgendjemand anderer ich habe nur eine andere seelen struktur das heißt ich habe gewisse gaben von haus aus schon mit drin und die die anderen menschen noch nicht mehr haben aber schon mal hatten weil die menschen sind alles gefallene engel die hier auf dem planeten leben der zeit die ihr gedächtnis verloren haben und fremdbestimmt werden und glauben dass sie sklaven sind und die indigos sind hier inkarniert um das aufzudecken um quasi den menschen hilfestellung zu geben um licht zu spenden und negative energien zu transformieren das mache ich jetzt nicht mit meinem tagesbewusstsein mit meiner photonenergie das heißt wenn ich jetzt irgendwo stehe wo viel negativität ist dann wird quasi auf einer nicht sichtbaren ebene diese negativität transformiert in positive energie ohne dass ich jetzt das mit meinem bürgerlichen namen mitkriege und denkt ach da wird gerade was transformiert das läuft auf einer anderen ebene also das machst du jetzt nicht bewusst jetzt dass du dich da jetzt hinstellst mittlerweile mache ich es schon bewusst ja anfangs natürlich nicht und viele indigos die es zuschauen die sich vielleicht wiedererkennen in meinem buch und in meiner beschreibung machen das die ganze zeit schon sie wir werden quasi alle benutzt wir werden alle benutzt alle menschen werden benutzt die einen von den dunklen und die anderen von den guten also ich werde lieber von den guten benutzt das mal gleich am rande und die indigo seelen sind in der regel hell fühlend hoch sensitiv und sehen dinge die andere nicht sehen viele indigo seelen sind heiler wissen es aber nicht und sie sind quasi die vorreiter der goldenen generation die jetzt kommen wird wenn die zeitenwende kommt sie ist noch nicht da auf dieser ebene in der materie ist sie noch nicht da also auf anderen ebenen sind die kämpfe schon beendet aber es ist noch nicht auf die erde durchgedrungen das bedeutet wir leben hier noch im momentan in einer entscheidungsphase es ist noch nicht endgültig entschieden was passiert und beziehungsweise wann es passiert also wenn die menschen sich jetzt zurücklehnen und denken ja die lichtwesen die haben gewonnen das warten einfach mal ab und es wird schon alles gut werden dann täuschen sie sich das möchte ich auch an die menschheit richten die menschen müssen aufwachen sie müssen endlich verstehen dass sie geistwesen sind und dass sie hier inkarniert sind um eine aufgabe zu erfüllen und diese aufgabe auch endlich verrichten sollen und nicht weiter im tiefschlaf von fernseher sitzen soll übrigens aus dem fernsehinkommen aufstrahlen wo die menschen ferngesteuert werden also der fernseher ist das beste portal was es überhaupt gibt ich sehe manchmal die gestalten rausspringen weil ich leider ich betone leider hellsichtig bin in manchen bereichen also ich sehe wesenheiten ich bin aber nicht krank psychisch krank oder dergleichen wie die mediziner das vielleicht deuten würden sondern ich bin einfach einfach nur normal weil der normale mensch ist von haus aus hellsichtig nur die kranken die masse die sind alle krank die sind nicht mehr hellsichtig und bezeichnen mich als krank und als abnormal weil ich hellsichtig bin dabei ist es genau umgekehrt weil der mensch von haus aus früher hellsichtig war es war ganz normal dass ein mensch menschen hellsichtig sind dass man die auger sehen kann von den menschen und das ist war eigentlich immer normal nur hat die dunkelheit ist geschaffen in den letzten tausenden von jahren die schwingungen auf dem planeten erde so dermaßen zu reduzieren dass die menschen diese fähigkeiten verloren haben sie haben keinen zugang mehr zu ihren eigenen fähigkeiten jetzt kommen die indigos wieder ins spiel wir haben die zugänge weil indigos können sie nicht manipulieren also sie können nicht in meine gehirn schranken öffnen sie können nicht in mein gehirn rein sie haben keine chance bei den indigos 0,0 deswegen geben sie den kindern ritalin um diese gehirn schranken zu öffnen damit sie rein kommentieren frequenzen deswegen kriegen die adhs kinder alle ritalin adhs bedeutet nichts anderes die indigo oder die elohim ist auch ein bekannter bekannter ausspruch und durch diese öffnung durch diese medikamente kommen sie dann rein das heißt bei indigos müssen sie manipulieren mit alkohol mit tabletten oder mit drogen um rein zu kommen wenn ein indigo das nicht nimmt haben sie keine chance bei ihm rein zu kommen das heißt sie können ihn bestrahlen bis sie schwarz werden sie kriegen den nicht gebacken wenn während ein normaler ich sage jetzt mal normaler mensch kommen sie rein in die hirnschranken durch ihre sendemasten und dann können sie die menschen steuern und willenlos machen und dann jetzt kommt die astralwelt hinzu die ich sehen kann diese astralwelt hat bestimmte wesenheitsformen die der dunkelheit angehören und diese wesenheiten ob das jetzt graue sind oder reptiloiden oder ebtos wie man sie nennt oder auch astraltiere wie zum beispiel schlangen sehe ich auch oft menschen mit schlangenbesetzungen die frau m aus deutschland die jeder kennt schauen sie bitte dieser frau m aus deutschland mal in die augen liebe zuschauer wenn sie dann keine gänsehaut kriegen dann sind sie irgendwie verkehrt weil ich kann sie nicht mehr angucken wenn ich sie angucke kriege ich schüttelfroscht und ja ich will jetzt nicht beleidigend werden sie kann ja gar nichts dafür ich muss sie in schutz nehmen dass eine veränderung passiert sie meint es auch nicht mal gut weil sie gar nichts mehr meint weil sie keine meinung mehr hat sie ist komplett fremd gesteuert sie ist komplett in anderer hand das ist meine persönliche meinung ich denke momentan kann man noch meinungen sagen bald vielleicht nicht mehr dann werden wir alle eingesperrt wenn wir die meinung sagen dann machen wir als piraten sind dabei dann ja dann werde ich auch das land verlassen wenn es so weit kommt aber es steht momentan noch in den sternen äh was passieren wird jetzt habe ich den faden verloren naja es ging ja darum ich meine das war ja schon beantwortet jetzt die frage wegen indigo was das ist als erklärung und dann meine äh frage davor war gewesen warum ich eingehakt habe ja wegen der indigo geschichte das war mit dem geisteiler sananda wie es halt dann dazu gekommen war dass äh du das erkannt hattest ja mich hat man aufgeweckt man hat dazu die dunkle Seite benutzt weil ich ja in diesem programm drin bin in diesem indigo verfolgungsprogramm nenne ich es mal es gibt ja verschiedene programme ich weiß es nicht wie viele äh könnte ich aber abfragen ich schätze mal mindestens 10 bis 15 programme das fängt an in der allgemeinen dummheitsverdummung der menschheit dass man die menschen dumm hält was nicht allzu schwer ist weil die meisten sind leider dumm ich möchte jetzt niemanden beleidigen wenn sich jemand angesprochen fühlt ist es sein problem wenn er sich als dumm bezeichnet also ich würde mich jetzt nicht angesprochen fühlen wenn man sagt alle sind dumm also wie gesagt das hat dann ist dann sein problem ich muss es so brutal sagen weil ich möchte dass die menschen endlich aufwachen und ich werde in meinen teilen dazu beitragen dass die menschen aufwachen ich bin zwar geisteiler und könnte jetzt einfach schön reden um kunden zu gewinnen wäre einfach für mich und freue mich anhand meiner einnahmen aber das widerstrebt mir ich bin hier da weil ich was mitteilen will und wenn ich da nebenbei noch Heilungen mache was ich jeden Tag mache und Menschen glücklich mache ist das ja eine schöne Sache aber ich möchte auch meine Meinung mitteilen ich bin hier inkarniert um die Leute aufzurütteln um ihnen zu zeigen dass es eine andere Welt gibt dass sie in der Trance leben hier und dass sie rumrennen wie ferngesteuerte Affen die von nichts eine Ahnung haben wie blöd kann man denn sein dass man auf einem runden Planet lebt und keine Angst hat dass man runterfällt und das als normal betrachtet ist ganz normal dass man nicht runterfällt naja das ist halt so es ist halt alles so ich habe das schon immer hinterfragt als Jugendlicher, als Kind ich habe immer gesagt wie kann das sein dass wir nicht runterfallen auf diesem Planeten und warum ist das da dunkel und warum hat es da Sterne und warum ist das so und so das heißt ich habe immer hinterfragt hinter allem was ich wollte einfach wissen warum alles so ist wie es ist und ich habe mit 15 gesagt ich werde nie arbeiten gehen weil ich gedacht habe das kann doch nicht sein dass man den ganzen Tag irgendwann an der Maschine steht und arbeitet deswegen bin ich doch nicht auf der Welt und bin dann zur Polizei gegangen weil ich ja nie arbeiten wollte das habe ich früher auf meinen Seminaren als Finanzberater als Witz genommen und bei der Polizei bin ich gegangen oder zur Polizei weil ich Idealist bin weil ich für etwas eintrete und da habe ich gemerkt ich bin da komplett am falschen Ort also da geht gar nichts mit für irgendwas eintreten da wirst du getreten und wenn du nicht spurst dann kannst du gehen und mir hat mal ein Chef gesagt damals ein Dienstvorgesetzter du bist nicht zum Denken hier du sollst Befehle ausführen das kenne ich von der Bundeswehr da war auch nichts für mich also ich habe damals entschieden an dem Tag dass ich kündigen werde bei diesem Verein ich habe dann nur noch den Zeitpunkt abgewartet habe es dann leider noch acht Jahre insgesamt machen müssen ich bin auch nicht traurig darüber weil ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gesammelt dadurch die ich vielleicht sammeln musste weil wir machen ja nichts umsonst alles was wir hier tun hat ja irgendeinen Grund dieser Grund muss aber nicht immer positiv sein es gibt ja auch Gründe die von der dunklen Seite geplant werden und die Kunst ist es eben die Unterscheidung zu lernen das heißt der Mensch muss lernen zu unterscheiden was ist dunkel was ist hell wem kann ich trauen wem kann ich nicht trauen wie machst du das oder gibt es einen Tipp für die Zuschauer um dass sie erkennen können wem sie trauen können oder was ist dunkel was ist hell gerade wenn sie ja fremdgesteuert sind ist es ja nahezu unmöglich ich könnte jetzt pessimistisch sagen vergiss es es hat keinen Sinn du kannst denen nichts mehr erklären ich muss es leider auch so sagen es ist schon passiert die Menschen die jetzt noch nicht aufgewacht sind sind verlorene Seelen bleiben es auch sie können nicht mehr aufwachen es ist alles schon passiert und die anderen die sind die die unter den anderen leiden weil ich erlebe oder erlebte jeden Tag ein schweres Leid jeden Tag Blockaden Hindernisse Verfolgungen Verleumdungen Beleidigungen Beschimpfungen auch als Geistheiler muss ich mir Dinge anhören oder anlesen oder lesen von ungeduldigen Menschen die nach zwei Wochen noch nicht geheilt sind und mich bedrohen deswegen und beschimpfen weil sie nach zwei Wochen noch nicht geheilt sind aber du kannst ja auch keinem was abnehmen die Leute mögen ja das gerne abzunehmen ich meine das kenne ich ja auch nochmal aus meiner Zeit wie ich als Heilpraktiker gearbeitet habe die haben Geld auf den Tisch gelegt weil sie Krankheit verkaufen wollten da habe ich immer gesagt das geht nicht ihr könnt mir keine Krankheit verkaufen sondern eure Selbstheilungskräfte müssen da aktiviert werden und ihr heilt euch nur selbst das tut kein anderer ich bin nur quasi ein Transmitter und durch mich wirken kosmische Kräfte oder göttliche Kräfte nenn es wie du es willst und ich kann nur eins machen ich kann durch meine Willenskraft durch meine Gedankenkraft die ja bekanntlich die stärkste ist im Universum also nicht meine sondern generell die Gedanken sind die stärkste Kraft überhaupt es gibt keine stärkere Kraft ich kann mit deinen Gedanken in einer Art Befehlsform jemanden versuchen zu befreien von Krankheiten ich darf ja nicht sagen dass ich heilen kann also ich selber kann sowieso nicht heilen das macht jemand anders für mich ich führe quasi nur Befehle aus ich bin nicht der der heilt sondern die göttliche Kraft die heilt nur ein Impulsgeber ich bin der Impulsgeber ich bin quasi das Bodenpersonal der quasi so eine Art Weiterleitung nur ist es so wenn der andere eben das Bewusstsein nicht dazu hat weil es nicht versteht und will einfach mal geschwind geheilt werden so zack zack heile mich mal schnell das geht nicht richtig das funktioniert nicht wenn da nichts da ist wird nie was passieren und das ist das was mich oft zum Wahnsinn treibt weil ich das nicht verstehe dass die Menschen das nicht verstehen wollen dass sie eben nicht mal geschwind geheilt werden können sondern sie müssen erstmal ein Bewusstsein entwickeln und ihre Herzenergie aktivieren und versuchen eine Verbindung aufzunehmen mit dem Göttlichen mit dem Geistigen und dann wird es eines Tages früher oder später auch eintreten ich habe Fälle die innerhalb von 10 Minuten geheilt wurden haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen wo ich selber überrascht war dass ich neben Menschen stehe und denen wachsen Wunden zu also bleibt selbst mir die Spucke weg und wenn sich das dann öfters wiederholt dann glaubt man es dann auch wirklich wobei ich das mit meinem menschlichen Verstand gar nicht richtig verstehen kann ich sehe es halt auch und denke das kann ja gar nicht sein da wachsen Wunden zu in meiner Gegenwart aber da kommt es wahrscheinlich auch drauf an woher kommt diese Störung sage ich jetzt mal diese Befindlichkeitsstörung bei den Menschen bei den Menschen jetzt weil ich sage mal ich habe das ja auch oft erlebt gehabt dass die Leute dann man konnte merken eine Veränderung bei den Leuten eine positive sie haben sie aber selbst nicht gemerkt und durch diese Ungeduld diese Harten standen sie sich dann selbst im Weg das sind dann so Dinge warum ich gesagt habe ich mache das nicht mehr weil das nervt Leute die auf einmal mit dem Stock angekommen sind konnten dann auf einmal ruft er mich dann zum Beispiel an kam erst mit dem Stock ich habe dann mit meiner Sache was ich gemacht habe ihm geholfen den Impuls gegeben und dann ruft er mich nach 14 Tagen an er hat jetzt vier Tage die Wohnung renoviert hat da jetzt gestrichen Decke gestrichen und ihm geht es jetzt so schlecht also er bricht jetzt alles wieder ab er macht das jetzt nicht mehr und das sind dann so Dinge wo man sagt warum macht man das eigentlich und das hat mir dann gesagt nee das ist nicht mein Weg und ich kann nur die einzelnen Leute erreichen und dann sind sie auch noch undankbar im Endeffekt das war dann so ein Punkt ich habe auf Spendenbasis gearbeitet das hat man mir dann auch verboten durfte ich dann im Endeffekt auch nicht mehr sondern ich musste einen bestimmten Satz nehmen und da habe ich gesagt nee das ist dann nicht mehr so mein Ding und deswegen hatte ich dann auch aufgehört damit weil ich sage nee meins ist anscheinend eine andere Aufgabe obwohl ich erfolgreich war obwohl ich erfolgreich war aber wie gesagt das war nicht das um was es ging also du bist ganz klar der Aufklärer das weiß ich meine Aufgabe liegt auch im Aufklären aber mehr im energetischen und geistigen Bereich ich jetzt nicht im weltlichen Bereich ich bin jetzt nicht da um mit dem mahnenden Finger den Menschen zu zeigen was sie hier auf der Welt alles nicht tun sollen und welche Regierung böse ist und so weiter das sind Randerscheinungen natürlich habe ich meine Meinung und meine Wissen und meine Offenbarungen was auf der Welt kommen wird passieren wird ich muss auch lernen damit umzugehen weil ich ja auch ein Mensch bin ich bin ja in dem Moment wo ich hier inkarniert bin als Mensch ausgeliefert diesen Kräften und habe auch nicht die volle Macht die ich als Geistwesen habe und auf die Menschheit wird vieles zukommen speziell in Europa aber es muss nicht unbedingt so schlecht ausgehen wie viele sagen es ist natürlich ein leichtes als Vision also in Hessen der Visionen kriegt da habe ich neulich im Internet entdeckt der Visionen kriegt dass in Europa ein Bürgerkrieg kommt und ich sehe einen Bürgerkrieg kommen und so weiter und das kann ja jeder also das kannst du auch das kann jeder der ein bisschen intelligent ist kann das voraussagen ist ja nicht allzu schwer nur ich sage ich sage mittlerweile folgendes dass alles möglich ist es muss nicht zum Bürgerkrieg kommen und einen Bürgerkrieg als solches wird sowieso keinen geben weil Bürgerkrieg heißt ja Bürger gegen Bürger es wird dann höchstens einen Flüchtlingskrieg geben oder einen Asylantenkrieg gegen Bürger oder wie man den nennen soll das könnte es geben weil darum geht es ja letztendlich machen wir uns nichts vor weil was hier passiert in Europa ist ja ein Hochverrat an Volk hier auf der einen Seite geistig gesehen ist es eine Schuldenbegleichung das mögen jetzt viele natürlich nicht hören dass hier karmische Schulden bezahlt werden weil die Dunkelheit jetzt zu uns kommt die Dunkelheit kommt zu uns und öffnet uns die Augen und sagt schau mal hier uns gibt es noch wir sind da ihr habt uns jetzt lange versteckt da unten und klein gehalten in Afrika und dort und dort jetzt sind wir da jetzt könnt ihr nicht mehr die Augen verschließen und 5 Euro spenden und gut ist jetzt sind wir da jetzt kümmert euch mal um uns und im Prinzip ist das nichts anderes wie karmische Rückzahlungen aber ähnlich wie beim Notwehrparagrafen gibt es ja auch eine Übersteigerung das heißt eine übersteigerte Notwehr das heißt wenn ich quasi eine zu starke Maßnahmen treffe bei einer Notwehraktion und jemanden der mich ohne Waffen angreift erschießt das wäre dann quasi eine übertriebene Notwehr ich weiß jetzt nicht mehr genau wie der Paragraf heißt aber das gleiche passiert jetzt gerade mit den Flüchtlingen das heißt die karmische Seite wird jetzt komplett übertrieben das wird gelenkt von den Freimaurern die werden ja gezielt zu uns geschickt Frau Merkel ist der Türöffner für Europa eindeutig beziehungsweise die Wesenheit die in Frau Merkel drin ist und das wird jetzt quasi übertrieben das Karma wird jetzt übertrieben abgebaut und wenn die Menschen jetzt nicht anfangen zu sagen jetzt reicht es bis hierhin und nicht weiter dann kann es ein böses Ende nehmen weil es dann gezwungenermaßen zum Überlaufen des Phases kommen muss es geht ja gar nicht anders und den Menschen wird natürlich eingebläut ihr müsst barmherzig sein ihr müsst ein guter Gastgeber sein das sind arme Flüchtlinge und lass die doch rein was du willst keine Flüchtlinge hier in dem Land du bist fremd und feindlich du bist ein Nazi moi 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 so geht es nicht das wäre das gleiche wenn ich jetzt ein Haus habe irgendwo mit einer Mauer und einem Garten und ich habe es zu was gebracht im Leben und jetzt kommen alle Dorfbewohner plus die anderen Dörfer drum rum und Städte und sagen ich will jetzt da rein wenn mir geht es nicht so gut ich habe wirtschaftliche Probleme und bei uns gibt es Nachbarschaftstreitigkeiten ich möchte jetzt gerne bei dir zu dir und jetzt kommen hunderte in deinen Garten und du wehrst dich dann mit Hunden und Kanonen und dann kommt die Polizei und sagt was sie sind fremdenfeindlich sie wollen keine Fremden bei sich im Haus ja so geht es aber nicht genau das passiert gerade in Europa und die Menschen erdulden alles im Prinzip macht die Dunkelheit nichts anderes wie uns auf die Probe stellen das heißt sie legt den Finger auf die Wunde und guckt wie tief kann sie drücken bis du endlich aufwaschst wie tief müssen sie denn noch drücken bis du endlich mal aufwaschst und dich wehrst wie lang noch das passiert gerade in Europa aber da siehst du die Zukunft nicht festgeschrieben also die Leute haben also die jetzt wenn sie aufwachen und aktiv werden selbst aktiv werden oder die Aufgewachten die aktiv werden dann können sie auch das verändern du hast ja einen Zukunftsteil in deinem Buch mit drin aber das muss nicht so sein dass es so ausgeht nein das ist eine Variante es gibt verschiedene Zeitlinien es gibt ja auch Parallelwelten wo der Hitler noch lebt und wo man sieht wie das Nazireich sich entwickelt hat Parallelwelten gibt es ja das weißt du ja sicher es gibt verschiedene Dimensionen es gibt hunderte und tausende Millionen und Milliarden von Welten und in jeder Welt spielt sich was anderes ab wir spielen uns jetzt hier auf dieser in der dritten Dimension auf der Erde spielt jetzt unser Leben gerade ab und wir spielen eine Rolle wir sind als Geistwesen inkarniert und haben sie uns die Rolle ausgesucht du vom sowieso und ich vom sowieso und in dem Moment wo ich in den Körper reinschlüpfe habe ich die Rolle quasi intus und habe das andere vergessen warum ich eigentlich die Rolle nehmen wollte der Unterschied zum Theater und zum Spiel ist dass es hier ernst ist das heißt es ist quasi ein Live-Act und wir erleben quasi im eigenen Körper unsere eigenen Reaktionen unsere eigenen Handlungen also die Reaktionen auf unsere früheren Handlungen müssen wir jetzt selber ausbaden weil wir sind ja schon früher inkarniert gewesen und haben das ein oder andere gemacht was wir jetzt selber ausbaden müssen und genau das passiert jetzt momentan das heißt wir sind gefordert hier für einen Umbruch zu sorgen weil die Menschen warten alle dass Lichtwesen landen mit UFOs und uns evakuieren oder sonst ja und die evakuieren uns und ich kenne esoterische Menschen die bieten Telepathie-Kurse an machen damit Geld damit sich Menschen vorbereiten auf die Landung der Außerirdischen wie wenn man Telepathie lernen müsste ich meine entweder ich habe Telepathie oder ich habe sie nicht das kann man nicht lernen und jeder Mensch hat telepathische Fähigkeit generell das muss ich nicht lernen sowas nenne ich dann Abzocke als Beispiel weil das ist total unnötig also nochmal zurück auf den Punkt die Menschen warten auf eine Invasion der Positiven die sie dann retten vor dem was sie selber sich eingebrockt haben die Menschen müssen sich selber rausziehen aus dem Sumpf weil sie haben sich ja reingezogen in diesen Sumpf niemand anderer die Bösen was haben die Dunkelheit die dunklen Wesen die machen nur eins die legen immer nur den Finger auf die Wunde das heißt die zeigen uns unsere Schwächen weil sie haben nach dem kosmischen Gesetz dürfen sie nicht selber direkt eingreifen sie dürfen nur manipulieren das ist eine ganz wichtige wichtige Information nur das Feld besetzen was nicht besetzt ist im Endeffekt was frei ist dann und wenn sich ein Mensch manipulieren lässt von denen dann ist das aber immer noch seine Entscheidung auch wenn er ferngesteuert ist hat er ja immer noch so viel eigenständige Willenskraft zum sagen nein ich mach das jetzt nicht er kann immer noch sagen stopp nein ich mach's nicht ich spuck jetzt nicht vor diesen Schwarzen oder ich mach das jetzt nicht oder ich mach das jetzt nicht oder ich verfolge den nicht weil es gibt ja mittlerweile Organisationen die Indigos verfolgen oder auch Sternensaaten es gibt auch positive Sternensaaten die nicht Indigos sind Santina nenne ich die weil sie von Alpha Centauri sind sind auch positive die werden auch verfolgt weiß ich von meinen Klienten die mir die Berichte schreiben ich bin ja nicht alleine auf diesem Planet alles was ich erlebe erleben viele in abgeschwächter Form das berichten die mir ja ständig und ich kann das jederzeit beweisen dass es kein Hirngespin ist von mir nochmal kurz eingehakt Sternensaat hast du jetzt gesagt was ist Sternensaat ja wir sind mehr oder weniger alle Menschen sind Sternensaaten weil der Planet Erde ist ja nicht mit Menschen geboren worden entstanden sondern der Planet Erde war irgendwann mal ein Klumpen irgendwann wurde er dann mit Pflanzen besählt und irgendwann mit Tieren die hierher verfrachtet wurden von anderen Planeten die sind ja nicht hier aus dem Nichts entstanden aus dem Einzeller aus einer Amöwe und zum Einzeller und dann zum Affen und dann zum Frosch und zwischendurch noch zum Hund und ja und diese Sternensaaten sind nichts anderes wie was ich auch in meinem Buch beschreibe Licht nicht alles sind Lichtwesen also sogar die wenigsten sind reine Lichtwesen sondern von den Plejaden das ist so der Urmensch quasi die Blaupause des Menschen kommen alle von den Plejaden die inkarnieren in den Körpern die man ihnen hier quasi zur Verfügung gestellt hat auf der Erde die man im göttlichen Auftrag gemacht hat gemacht muss ich so sagen das heißt der Körper wurde zur Verfügung gestellt und jetzt kommen diese Seelen von anderen Planeten und inkarnieren in diesen Körpern und aus diesem hat sich dann die Menschheit mehr oder weniger entwickelt dann kamen natürlich noch andere Sternensaaten auch negative dunkle im wahrsten Sinne des Wortes dunkle die hier inkarnierten und haben quasi ihre eigene Menschheitsgruppe gegründet gegründet und haben sich zurückgezogen auf einen anderen fleckigen Erde und das hat auch Jahrtausende und Aberjahrtausende super funktioniert bis die ganz dunklen kamen oder mehr die grünen muss man sagen die dann alles durcheinander geschmissen haben und die größte Licht die sich die Reptus einfallen lassen haben die allergrößte Licht ist dass sie selber in Menschen inkarniert sind Anfangs sind sie mit ihrer Gestalt gekommen dann haben sie gemerkt das geht nicht die Menschen erschrecken und nur in Angst können sie sie nicht versklaven also haben sie entschieden sich zurückzuziehen in die vierte Dimension und selber zu inkarnieren in den Menschen drin das heißt wir haben jetzt unsere Feinde in unseren eigenen Körpern das sind die sogenannten Reptoseelen nenne ich sie oder auch Orionseelen wobei es mehrere Orionseelen Arten gibt nicht alle sind bösartig oder Reptiloid es gibt auch was anderes noch vom Orion was sie aber gemeinsam haben ist so dieser eingebaute Krieger das heißt man erkennt diese Reptomenschen am äußeren wenn man ein bisschen eine Beobachtungs- und Wahrnehmungsgabe hat erkennt man die auch ohne hellserische Fähigkeiten wie ich zum Beispiel ich sehe es ja sofort anders ich sehe es über die Aura weil die haben keine Aura mit weniger eine graue Aura genau das kenne ich auch und man sieht es aber auch am äußerlichen man sieht es an den Ohren man sieht es an den Zähnen und noch ein paar andere Dinge ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen weil sonst spricht da Panik aus bei den Menschen und die gucken alle ihre Nachbarn an und ihre Frau ihren Mann an und man erkennt sie aber hauptsächlich am Verhalten diese Reptoseelen die sind eiskalt sie haben keine Herzenergie sie haben keinen Zugang zu ihrem Herz sie haben keine Gefühle das heißt sie reagieren meistens emotionslos weniger wie ich ich bin ja eigentlich mehr der emotionsgeladene Mensch wo sich auch aufregt wenn er ungerecht behandelt wird so bin ich eben also wenn mich einer blöd anmeldet kann er auch mal richtig von mir ein blödes Mail zurückkriegen da kenne ich gar nichts ich bin nicht da um mich von jedem erschlagen zu lassen das ist nicht meine Aufgabe ich darf mich ruhig wehren und dann sind sie immer ganz erstaunt was ein Geistheiler der wird sich um Gottes Willen darf man den nicht beleidigen eine hat mal geschrieben ja ich dachte als Geistheiler da musst du das ertragen dass du beleidigt wirst nein muss ich nicht nein ich wehre mich genauso wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und auf die Reptoseelen zurückzukommen ich hatte in der Familie zwei Stück davon habe keinen Kontakt mehr mit ihnen in meiner eigenen Familie weil sie sind programmiert gegen uns Indigos und auch teilweise gegen die Pleiader das heißt sie haben eigentlich können sie gar nichts dafür weil sie können gar nicht anders sie sind programmiert ich erkenne das wenn ich irgendwo laufe beim Einkaufen erkenne ich das wenn so ein Blick kommt was war jetzt das also solche Dinge wo wildfremde Leute dich angiften sie haben oft den bösen Blick sie zeigen keine Emotionen wenn irgendwo einer auf der Straße liegt dann kommen die nicht mal hin das interessiert die gar nicht die fahren auch drüber wenn es sein muss sie ärgern dich dass alles zu spät ist sie machen Lärm wo es nur geht daran erkennt man diese Reptoseelen sie rennen mit der Motorsäge im Haus im Hof rum und bringen dich als Nachbar zu Weißblut ein Nachbar bei dem ich mal gewohnt habe der hat die Motorsäge einem in die Luft gehalten eine halbe Stunde muss ich noch bewundern dass er so viel Kraft hatte nur um Lärm zu machen sie hämmern auf sie hämmern auf Blech sie bringen ihren Kindern schon bei auf Blech zu hämmern um deine Nerven zu zerstören ihnen macht es Freude wenn du leidest und sie plagen dich und diese Reptose sind Menschen sind für mich das größere Übel auf diesem Planeten diese Astralwesen die ich sehe die mich besuchen in der Nacht diese Grauen die kommen zu mir weil ich für sie ein helles Licht bin weil bitte nicht mit meinem Ego verwechseln das hat mit meinem Ego nichts zu tun es geht darum dass die Indigo-Seelen eine Lichtsäule sind die bis zu 30 Kilometer ins Weltall ragt was man auch mit Spezialkameras nachweisen kann während normale Lichter nur maximal 15 Meter hoch gehen das heißt ich bin quasi mein Schicksal ist es dass ich ständig irgendwelche Seelen an mir habe nicht weil sie mich ärgern wollen ich habe das anfangs als ärgern gedeutet die wollen mich nicht ärgern ich habe das so empfunden sie wollten sich nur aufmerksam machen sie waren bei mir in der Wohnung haben Gegenstände verlegt haben Türen zugeschlagen haben Fenster zugeschlagen gut mittlerweile zuge ich nicht mal mit der Schulter wenn die Fenster zugeschlagen werden früher wäre ich schreiend aus dem Haus gerannt gebe ich offen zu ich habe durch diese ganzen Erlebnisse mit der geistigen Welt die ich hatte was ich in meinem Buch ja ausführlich beschreibe mittlerweile so eine Abhärtung was vielleicht auch der Sinn der Sache ist dass ich mit diesen Wesenheiten ganz anders umgehe also nichts mehr von Wut auch keine Angst eigentlich mehr Verständnis manchmal nervt es mich wenn du natürlich wie ich heute Nacht schlafen will Neumondnacht ich hatte heute Nacht Besuch ich habe vielleicht fünf Minuten geschlafen sie kommen eben und wollen erlöst werden sie krabbeln auf dem Kopfkissen rum und du liegst jetzt so da und plötzlich spürst du was da herumläuft und dann kannst du nicht einfach in Ruhe weiterschlafen und ich schlafe ich nein es geht nicht mehr und ich muss sie dann erlösen und dann geht es wieder eine vierte Stunde bis ich wieder müde wird und dann kommt der nächste also kommen alle möglichen Astraltiere weil wir Indigos sind hier auf der Welt um aufzuräumen das heißt wir sind da um diese Wesen zu erlösen und die meisten Indigos beziehungsweise Zuschauer die solche Erlebnisse haben die wissen das nicht die haben Angst und Panik natürlich helfe diesen Menschen das ist ja mein Job und die können sich dann an dich wenden wir wenden auch nochmal die Webseite dann ein und dann beziehungsweise auch per Mail wenden die sich dann praktisch die melden sich einfach per Mail ich habe alles auf der Webseite beschrieben das ist ja mein Job sie erstmal aufzuklären ich habe da E-Mails vorbereitet die viele falsch deuten welches Standard E-Mail ist weil es ist ein ewig langes E-Mail mit immens wichtigen Informationen wo die Leute kostenlos kriegen aber sie deuten es oft falsch da steht alles drin warum das passiert und wer das ist steht alles drin und dann können sie sich entscheiden ob sie mir einen Auftrag geben dass ich sie behandle weil ich mache das nicht umsonst ich kann ja nicht umsonst 18 Stunden am Tag für die Menschen arbeiten würde ich ja irgendwann tot umfallen und verhungern ja weil ich kann sagen du lebst ja auch in dieser Welt und in dieser Welt muss man sich halt auch noch ernähren das kostet auch Sachen und das ist ein Ausgleich ja ist ja auch ein Energieausgleich im Endeffekt eine Wertschätzung ein kosmisches Gesetz und die Menschen die meinen sie kriegen was umsonst da fehlt es Bewusstsein die kann ich sowieso nicht heilen keine Chance die sind verloren und werden sie auch bleiben heißt ja auch schon umsonst dann war es auch umsonst was dann da war die Tätigkeit das sind verlorene Seelen und wir wissen ja auch die Bezeichnung Seelenfänger kommt ja auch nicht umsonst weil und jetzt kommt das Entscheidende dass sich die Menschen retten können unabhängig davon wie es auf der Erde weitergeht wir können das so als Live-Theater-Aufführung betrachten auf der Erde allerdings real es tut auch richtig weh aber es kann noch viel mehr weh tun dass ich keine Angst mache das ist einfach nur mein Wissen wenn die Menschen sich nicht befreien geistig von ihren Besetzern die sie haben weil sie es nicht wissen und nicht glauben dann gehen sie wenn sie sterben mit diesen Besetzern zusammen in die Astralwelt und dann geht es dort gerade weiter mit der Versklavung es geht gerade so weiter weil die Menschen denken ja oft ah dann habe ich es hinter mir um Gottes Willen dann habe ich es endlich hinter mir aber das ist nicht so das fängt dann erst an dann sehnen die sich zurück in ein menschliches Leben wo sie sich noch wehren konnten mit Händen und Füßen weil wenn sie dann aus Geistwesen gefangen sind sind sie diesen Reptus komplett ausgeliefert keine Chance und das kann Jahrhunderte gehen ich habe Seelen schon bei mir gehabt die waren über 2000 Jahre alt als ich die befreit habe weil ich habe die Macht die zu befreien ich habe auch schon immer gesagt dass es so ist auch wenn jemand Freitod macht das ist wie wenn einer in der Schule sitzen bleibt der muss das Schuljahr ja wieder im Endeffekt neu machen der hat damit keine Lösung gefunden ein Selbstschwörter kommt sofort in die unterstrale Ebene eine Hölle als solches gibt es nicht es gibt einfach eine untere Schwingungsebene diese Strahlebene ist parallel zu diesem Raum hier das heißt die findet nicht hier unten statt in 5 Kilometer Tiefe sie ist direkt neben uns findet die statt nur die sehen uns meistens nicht weil sie gefangen sind in ihren Emotionen oft haben sie auch noch einen Sklaventreiber mit bei also ich sehe manchmal Reptus die Seelen an Ketten sogar haben sehe ich also ich sehe die richtig und die stehen dann bei mir am Bett und flehen ich habe auch neulich einen ganz interessanten Kontakt gehabt mit einem Kind ein dreijähriges Kind gestorben ich hatte einen Auftrag bekommen die Seele ins Licht zu schicken und in dem Moment wo ich einen Namen und ein Geburtsdatum sage oder denke bin ich ja sofort verbunden mit diesem Menschen oder sprich mit diesem Wesen und dann habe ich den Namen und das Geburtsdatum von einem Kind gesagt und dann habe ich sofort die Energie gehabt und musste Rotz und Wasser heulen aber ich habe es nicht gesehen dann habe ich in Gedanken gesagt wo bist du ich habe keine Antwort gekriegt dann habe ich gefragt bist du im Kinderland dann kam eben die Antwort dass es im Kinderland ist das heißt es gibt in der Astral-Ebene so eine Art Gefangenenlager und während ich Rotz und Wasser geheult habe habe ich dann von meinem Bürosessel aus die Kinderseele erlöst an dem Ort wo sie gefangen war also ich muss diese Seelen nicht immer bei mir im Wohnzimmer haben oder im Büro in der Regel kommen sie zu mir setzen sich aufs Sofa bei mir oder neben dem Schreibtisch oder stehen hinter mir das hört sich jetzt grotesk an aber ich habe mich daran gewöhnt also für einen normalen Sterblichen der denkt wahrscheinlich alles klar hätte ich vielleicht auch noch vor ein paar Jahren gedacht also ich habe insoweit auch Verständnis wenn sie so denken liebe Menschen irgendwann werden sie erkennen dass ich die Wahrheit sage und diese Seelen schicke ich ins Licht und es gibt eben leider auch oder gab ein falsches Licht das künstlich produziert wurde von den Reptors weil sie haben ja auch das Karma künstlich produziert weil es gibt von Gott aus kein Karma nicht alles was auf der Erde geschieht ist von Gott gewollt und die Astral Ebene gehört zur Erde zur Materie und die Materie wird von den Reptors beherrscht Ende Fakt also wenn sie Selbstmord betreiben die Menschen kommen sie in die untere Astral Ebene wenn sie Gewalttaten verüben oder die ganzen Freimaurer die Kinder schenden und Kinder prostituieren oder essen manche essen ja auch Kinder bei ihren Ritualen wenn sie sich mit den Reptors verbünden in Bohemian Grove oder sonst irgendwo bei Skull & Bones im Keller die sind sich sicher dass ihnen nichts passiert weil die Reptors ihnen vermitteln dass wenn sie sterben dass sie dann gut aufgehoben sind und einen guten Shop in der Astralwelt kriegen sage ich jetzt mal sie haben komplett vergessen dass es einen Gott gibt dass das Ziel einer jeden Seele ist so gut zurückzufinden und nicht einen guten Job in der Astralwelt zu kriegen und dort bewacht zu werden und beschützt zu werden dann kommt das böse Erwachen dieser Freimaurer wenn sie dann wirklich sterben dann merken sie dass sie verarscht wurden von den Reptors und versklavt werden ich habe schon so Freimaurer Seelen bei mir im Wohnzimmer gehabt die wollen sogar von mir dann erlöst werden die gleichen die mich vor 10 Jahren noch gejagt haben wollen jetzt von mir erlöst werden im Wohnzimmer deswegen weiß ich von was ich rede das Ziel einer jeden Seele muss sein eine hohe Schwingung zu bekommen und in höhere Sphären zu gelangen nach dem Ableben es ist noch nicht entschieden ob wir mit dem Körper ableben viele Menschen natürlich schon ich möchte den Menschen keine falschen Hoffnungen machen diejenigen die jetzt noch schlafen werden garantiert das alles nicht verstehen was ich jetzt sage an die richte ich mich ja gar nicht die wissen ja gar nicht von was ich rede ich richte mich an die die schon aufgewacht sind an die richte ich mich sie müssen schauen dass sie ihre Schwingungen hoch halten das heißt kein Fleisch essen keine Tiere töten hört endlich auf Tiere zu essen hört endlich auf jeden Tag fünfmal Fleisch und Wurst zu essen hört endlich auf damit das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt dass diese Schlachthöfe aussterben wo diese Monster von Menschen gedankenlos gechippt und besetzt von Reptiloiden besetzt hingehen und Tiere aufschneiden bei lebendigem Leibe die wissen gar nicht was sie denen zufügen weil das sind Lebewesen da stecken Geistwesen drin Delfine werden erschlagen in Japan von Japanern die mit Prügel auf die Delfine einschlagen warum weiß ich zwar nicht aber sie machen es eben oder in Kanada werden Roben erschlagen wie dunkel muss denn die Menschheit noch werden bis die Menschen endlich mal aufwachen deswegen sage ich die Menschen müssen aufwachen und nicht immer wegschauen sie müssen sich wieder setzen sie müssen anfangen endlich sich zu wehren nicht die Kanone holen und Leute erschießen das ist keine Lösung keine Revolution hat bisher eine Änderung gebracht ist ja die gleiche Energie wie will ich mit meiner negativen Energie was Positives schaffen sie müssen einfach sich verweigern sich verweigern kein Fleisch mehr kaufen keine Fertigprodukte mehr kaufen Leute Länder die die Delfine totschlagen meiden abstrafen und vor allem müssen sie dafür sorgen dass die Regierung abgesetzt wird dass Politiker die uns das Bargeld nehmen wollen wie das Schäuble endlich in Rente geschickt werden dass Politiker wie die Frau Frau M endlich wegkommt da oben von der Kanzel die in ihrer selbstherrlichen Art meint sie könnte über jeden einzelnen Einwohner sein Geld bestimmen weil du zahlst es mit deinem Steuergeld du finanzierst es dass sie die Banken rettet auf der ganzen Welt du finanzierst es und die Menschen nicken immer und nicken und gehen wieder zum Wählen und wählen wieder CDU sie haben sich doch selber eingebrochen sie haben sie doch gewählt und jetzt schimpfen sie und bei den nächsten Bundestagswahlen wählen sie wieder CDU weil ein anderer Kopf kommt und sagt ich mach es jetzt besser und dann geht es von vorne los es muss eine Grundrenovation her damit sich endlich was ändert und meine Aufgabe ist es die Menschen zu befreien von ihren Besetzungen weil das ist der springende Punkt ich entferne bei ihnen die Implantate ich entferne die Chips bei ihnen die feinstofflichen und ich entferne die Besetzungen die sie lenken und ich zeige den Menschen wie sie sich danach selber schützen können das heißt wie sie mit meiner Anleitung und mit meiner Vollmacht die sie dann schriftlich bekommen und auch geistig energetisch bekommen ihr Umfeld säubern können nachdem sie Kunde geworden sind aber wohlgemerkt dann können sie selbst aktiv werden dann können sie selbst aktiv werden also bitte nicht verwechseln dass ich das alles umsonst jedem gebe sondern wenn jemand Kunde geworden ist bei mir bekommt er was an die Hand und für alle Zeit sich und sein Umfeld zu säubern und zu reinigen er muss nicht immer wieder zu mir kommen wie bei anderen wo man immer wieder hin muss dann steht keine Abhängigkeit die gehen ja auf Abhängigkeit nein möchte ich nicht ich möchte dass die Menschen die zahlen quasi für ein Paket ein kompaktes Behandlungspaket einen Betrag x ich will jetzt keine Summe nennen es ist relativ günstig wenn man es vergleicht wenn man keine Ahnung hat kann man es natürlich nicht einschätzen aber es ist ein immenses Paket was ich da mache um die Menschen zu befreien von ihren ganzen Anhangseln die sie haben damit sie endlich überhaupt aufwachen können weil sie können es dann gar nicht weil diese Gestalt die hinter ihnen steht sorgt dafür dass sie nicht aufwachen können ja und sie ihre Freiheit praktisch wieder kriegen und ihre Aufgabe erfüllen können darum geht es denn es geht darum dass sie aufwachen dass sie erkennen dass sie göttliche Wesen sind dass sie Macht haben dass sie den Leuten die Macht wieder wegnehmen können die man ihnen weggenommen hat weil wenn andere Menschen mehr Macht haben wie du dann haben sie sie nur deswegen weil sie sie dir weggenommen haben weil sie vom Haus aus gar nicht mehr Macht haben ja die Menschen die viel Macht haben haben es anderen Menschen weggenommen Ende also müssen wir jetzt dafür sorgen dass wir unsere Macht wieder bekommen indem wir einfach aufwachen und um aufzuwachen ist meine Aufgabe die Leute zu befreien von ihren Besetzungen und zu heilen damit sie in ihre Stärke kommen wieder es gibt eben diese Heilkräfte die durch mich fließen von Gott und bei allem was momentan passiert kommt mir eins zu kurz nämlich Gott keiner redet über Gott es reden alle nur über Merkel oder über Obama oder Putin oder schieß mich tot oder irgendwelche gekauften finanzierten Terroristen die vom CIA ausgebildet werden und losgeschickt werden als Bluthunde um die Menschen kaputt zu machen da geht es um wirtschaftliche Dinge da geht es um das ist Krieg nichts anderes wie Krieg und die Menschen erdulden alles sie müssen endlich aufwachen und sich wieder setzen und sagen jetzt reicht es und man muss die Grenze auch mal schützen können sonst braucht man keine Grenze dann kann man die Grenze gerade offen lassen dann brauche ich keine Grenze eine Grenze ist da damit man sich sich schützen kann vor anderen und wir sind momentan schutzlos in jeder Richtung die Politiker machen uns schutzlos nach außen und die Astralwelt macht das gleiche das heißt sie geht auf die Menschheit los und steuert sie manipuliert sie macht sie krank und das ist jetzt meine Aufgabe diese Astralwelt zu säubern und den Menschen einen geistigen Schutz zu geben damit sie klar im Kopf werden können ja und nochmal ganz kurz weil wie gesagt das war ja das Thema was immer wieder kommt ja ich bin vielleicht warum wird mir nicht geholfen ich bin so niedergemacht worden mit allem drum und dran und mir hat man alles genommen und so weiter aber die können sich auch an dich wenden die jetzt alles genommen gekriegt haben ich war bis vor eineinhalb Jahren sozial für Empfänger ich habe mir Geld geliehen um zu heilern gehen zu können ich habe mein Auto verkauft um zu heilern gehen zu können ich habe alles verkauft damit ich die Wahrheit finde ich habe niemanden angebettelt und ich habe auch keine anderen verantwortlich gemacht dafür dass ich kein Geld mehr habe und ich muss es doch umsonst kriegen weil ich habe doch kein Geld diesen Menschen kann ich nicht helfen weil meine Leistung hat auch ihren Preis und ich arbeite nicht umsonst ich weiß was ich wert bin wenn jemand Hartz-IV-Empfänger ist oder Sozial-Empfänger ist und er kann jetzt nachweisen dann wird er von mir unter gewissen Voraussetzungen also eben der Nachweisbarkeit eingeladen zweimal im Jahr mache ich derzeit solche Treffen das nächste ist im Mai in München das zahle ich alles selber das ganze Hotel die Räume das Essen nur einen kleinen Beitrag muss man leisten fürs Essen ich glaube 10-20 Euro und kann sich dann die Hucke voll essen aber das ist ja nicht der Sinn der Sache sondern ich mache dann an diesem Tag speziell für diese Leute mache ich Behandlungen und Heilungen und die kriegen dann auch diese Schutzsachen von mir kostenlos in die Hand gedrückt den Weg dorthin müssen sie natürlich selber finden wenn ich irgendwo hin will dann kann ich das also wir haben es bis jetzt auch immer erlebt ich meine das sind auch Zeiten gewesen wo wir nichts mehr hatten aber wenn das unser Weg war dann kam das irgendwo her und da haben wir das dann irgendwo her geschenkt gekriegt also von Leuten dann das Geld das wir hinfangen oder so es ist einfach da also wenn ich das wirklich will und das ist mein Weg dann darf ich nicht sagen ich habe kein Geld weil damit schneidet es eh ab indem ich sage ich habe kein Geld dann habe ich es nicht aber wenn das mein Weg ist dann haben wir das bis jetzt immer möglich gemacht egal was irgendwo war ist passiert aus ganz ganz komischen Dingen da kamen wir dann Sachen dazu wo man erst gar nicht dran gedacht hat fünf Minuten vorher hat man das noch nicht gehabt oder es gab auch Beispiele die wir erlebt haben wir hatten wirklich nichts wir mussten dann hatten Euro am Tag vielleicht und dann kam meine Frau auf einmal auf die wir könnten ja eigentlich grillen aber ja wo wollen wir also wir haben kein Fleisch gegessen schon seit 95 essen wir kein Fleisch aber wir grillen dann Gemüse und verschiedene andere Sachen was wir dann machen wo wollen wir das einkaufen was wir dann machen und auf einmal guckt meine Frau nach unten und dann liegt dann 50 Euro Schein dann unten auf dem Boden und das sind so Dinge die man dann erlebt das ist fantastisch nur man muss offen dazu sein man darf sich dazu nicht versperren dann im Endeffekt wenn du was wirklich ernst scharf will ich wird sich eine Tür öffnen genau 100% und die Menschen die mich beschimpfen weil ich sie nicht umsonst behandle die haben so ein niederes Bewusstsein die wissen das nicht mal aber ich muss mich leider auch mit diesen Menschen rumschlagen und ich habe auch kein Mitleid mit solchen Menschen die das nicht verstehen dass Leute wie ich Geld verdienen müssen und auch wollen ich habe auch das Rechte zu Geld zu verdienen ohne mich rechtfertigen zu müssen dafür weil ich eine energetische Leistung bringe das ist Schwerstarbeit diese Leistung die ich bringe ich glaube dass keiner mit mir tauschen möchte mit der Arbeit die ich jeden Tag machen muss da bin ich ganz sicher und die Dunkelheit hat schon seit Jahrhunderten dafür gesorgt dass Heiler wie ich und Wahrsager ne Wahrsager hört sich jetzt in komischem an aber speziell Heiler und Hellseher klein gehalten werden als nichtig hingestellt werden die haben es nicht verdient dass sie einen Cent kriegen oder einen Thaler was auch immer und wenn sie so eine Gabe haben dann müssen sie es doch gefälligst umsonst machen weil Gott hätte das auch gewollt dass es umsonst macht und Jesus hat auch alles umsonst gemacht das sind Phrasen die kommen von der Dunkelheit die kommen von der Dunkelheit weil sie wollen dass Geistheiler und Heiler generell und da spreche ich jetzt auch für viele meiner Kollegen die gute Arbeit machen da draußen die wirklich von Herzen den Menschen helfen wollen die sich wirklich manchmal nicht mehr trauen zu sagen das kostet so und so viel und dann nachher Pleite gehen und kein Geld mehr haben die muss ich in Schutz nehmen Leute bezahlt diese Heiler die haben das Geld verdient es kann nicht sein dass ein Heiler der Schwerstarbeit leistet betteln muss damit er ein Geld verdient oder dass man ihm sagt nimm doch du Spenden du gefälligst hast du Spenden zu nehmen du musst dir mal diese Frechheit vorstellen Entschuldigung wenn ich mich gerade so aufrege ich finde das eine Ungerechtigkeit hoch 10 und das ist ein Mangelbewusstsein ohne Ende die Menschen wollen sich den Arsch aufreißen um den Menschen zu helfen und müssen sich dann noch bespucken lassen weil sie Geld verdienen wollen du hast es gefälligst umsonst zu machen der Lionel Messi hat gefälligst umsonst zu spielen anstatt 100 Millionen im Jahr zu verdienen das ist legitim wenn die Fußballer 30 Millionen im Jahr verdienen das ist doch legitim oder naja wenn ein Geiststeiler 250 Euro verdient das kann nicht sein so ein Abzocker aber auch verstehst du das ist eine kranke Welt eine perverse kranke Welt die Menschen sind total falsch gewickelt die sind total verdreht in ihrem Kopf und mich regt es wahnsinnig auf mit diesen Menschen jeden Tag mich abgeben zu müssen jetzt nicht meine Kunden 99% meiner Kunden sind hochentwickelte Menschen Seelen also muss ich Hut ab sagen bei der Masse von Leuten die ich habe ist es der Teil der so ist verschwindend gering was mich mehr stört ist der Teil der mir jeden Tag draußen begegnet mit dem ich zu tun habe diese niederen Seelen die dir nicht die Butter auf dem Brot gönnen die dir misskindlich sind auf alles was du bist und was du hast oder auch wenn du nichts hast wo ich Sozialfahrempfänger war und kein Auto hatte zum Bus zum Bus gelaufen bin haben mich auch noch Leute von oben her blöd angeguckt selbst wenn ich die würden mich noch bespucken wenn ich Arm und Verrecken unter der Brücke liegen würde würden sie auch noch drauf spucken weil sie mich einfach nicht leiden können weil ich eben von der anderen Sorte bin ich bin hier quasi auf dem Feind des Planeten und so geht es vielen Menschen und vielen Zuschauern die verzweifeln förmlich weil ihr eigener Mann ein Dunkler ist der ihnen das Leben zur Hölle macht ihre eigenen Kinder zu weit zum Beispiel oder die Eltern oder der Bruder oder die Schwester oder der Nachbar die müssen das jeden Tag erleben und den Menschen möchte ich eine Hoffnung geben mit meiner Arbeit die ich mache ja das finde ich auch hast du sehr gut auch in deinem Buch geschrieben also sehr spannend drin und kann ich wirklich jedem nur empfehlen das Buch also ich war so fasziniert ich wollte ja eigentlich ein zweites Buch von Mayen damals schreiben habe aber das gelesen und sage nee ein zweites Buch brauche ich gar nicht zu schreiben das reicht weil das hast du eigentlich geschrieben weil kann ich hundertprozentig zustimmen also wirklich super und ich kann jedem nochmal empfehlen also das Buch zu kaufen weil es ist faszinierend also man findet so viel da drin und viele Leute denke ich mal kriegen da auch eine Lösung selbst aus dem Buch schon raus für ihre Sachen die ihnen irgendwo passiert sind und sehen dass sie gar nicht hilflos im Endeffekt sind abschließend noch du hattest uns ein paar Bilder geschickt gehabt das fand ich ganz spannend vielleicht machst du dazu noch was sagen ganz frisch weiß nicht ja das war letzte Woche ich habe es dir geschickt ich habe es auf dem Smartphone wir blenden die gerade mal ein Bilder als ich mit meiner Tochter im Schwarzwald mit dem Hund spazieren gelaufen bin hat uns so eine Leuchtkugel verfolgt und man erkennt dann auch auf dem Foto so eine Art Gestalt also es war ein Lichtwesen ich war so baff ich konnte nicht mal reagieren meine Tochter hat sofort fotografiert und man sieht es auch eindeutig auf den Fotos also wir haben es beide live gesehen dieses Ding was um uns rum geflogen ist und das war keine Einbildung oder Fata Morgana oder auch kein Orb oder so es war auch viel größer wie ein Orb und es hat richtig blau so ein bläuliches Licht geleuchtet und hat auch ab und zu so eine Flügelform angenommen und ich habe noch gar keine Zeit gehabt mir darüber Gedanken zu machen weil ich wie gesagt es ist ganz frisch her ich muss mir die Fotos auch nochmal genauer anschauen aber es ist eben so dass die Lichtwesen da sind sie sind ständig um uns rum sie sind auch bei dir zu Hause sie sind immer da wir sind nie alleine nur werden sie nicht manipulativ eingreifen also bitte nicht verlassen und nur da sitzen warten die werden schon was tun sie sind da und sie stehen uns immer bei und uns kann unterm Strich sowieso nichts passieren wenn wir nur eins machen nämlich endlich wieder zu Gott zurückzufinden ja dann danke ich dir für das nette und angenehme Gespräch falls du jetzt noch eine Botschaft zu den Menschen hast draußen aber ich denke mal das war schon eine abschließende tolle Botschaft und wünsche dir weiterhin viel Erfolg oder gemeinsam mit allen anderen die in dem Bereich arbeiten und dann denke ich mal dann haben wir alle doch noch die Möglichkeit die Zukunft dementsprechend positiv jeder hat die Möglichkeit jeden Tag genau Dankeschön kiaan kiaan